ja hallo und herzlich willkommen bei gaming.at zu einer weiteren folge let's play gta 5 die single mission so und zwar müssen wir sollten wir wollten wir den der was nicht kontakt tonja hat ja wieder in der scheiße gesteckt is he ever not a wall he's bad franklin got his claws in deep this time they're on to him leaving messages saying he gonna get cut you ain't gonna let his sister starve look man i'm not gonna let that happen all right now leave it with me so da werden wir mal wieder hier was für tonja tun einmal zum abschleppwagen wollte ich doch meinen abschleppwagen geht immer nach das nicht allzu weit zu fahren oder lade ich keine lackschilden in mein ojo ein 10 33 10 33 we got a car stalled on the train tracks at chum street elysian island gott hier yo yo um den Auto zu klauen. Die Fahrer fährt sich auch hier wie so ein Eiswürfel auf der Fahrbahn. Also mit der immer ein bisschen vorsichtig fahren. Das einzige was die Gare einen Vorteil hat, ihr könnt euch einen Platz machen, aber es ist nie los. Wir fahren hier in der Mitte oder was. Hier sind diese Sonderfahrer. Ach du je, ich weiß nicht was schlimm ist. Hilfe, hilf mich! Ich weiß nicht, dass wir ihn beiligen. Holy crap, das war knapp. Wollen wir steigen ein? Ich glaube auf dem E-Staychen habe ich das geschafft, dass wir tatsächlich dazu. Diese Scheiß-Auto kaputt werden. Und hier noch was? Ist das jetzt der Truhe? Oh, und er kommt zurück. Okay, wir fahren einfach. Ja, wunderschön, diese Wasserbewegung da unten. Sehr, sehr schön. Nicht so statische Wasserplane hier, da bewegt sich durchaus so ein Eis. Macht auch Spaß mit dem Boot auf dem Wasser rumzufahren. Äh komm ihr, was ist hier jetzt hier? Lass mich vorfahren, wenn du keine Lust hast. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt die Tupen abflippen sollten, aber wird sicherlich einen Grund haben. So, fahren wir mal halt vorbügig. So, fahren wir mal halt vorbügig. Das ist immer mehr anders. Ich weiß nicht. Mein Gott, die fahren ja auch die ganzen Sonntagshaare unterwegs. Na gut, davon ist rot. Ich hab noch nichts von grüner Welle gehört. Da war auch nicht klingelig auf. Wart auch nicht klingelig auf, oder? Da war's eine halbe Ewigkeit. Ich bin schon nervös hier im Auto. Ah ok, jetzt sollte er bald abgekoppelt werden, also hier ist nichts mit ordentlich bauen. Jetzt ist es verkommen, Alter hau ab. Ist das da rein? Ja, dann machen wir mal ein bisschen rumbel-rumbel. So, bestanden. Okay, ich glaube, das Abflug-Fahrzeug muss ich nicht zurückfahren. Mein Auto steht auch gleich hier, sehr freundlich. So, einmal Wegpunkt nach Hause, das ist auch nicht allzu weit. Zack. So. Holla, einen Straßenbahn gibt es ja auch. Den haben wir nie gesehen. So, das war noch mal eine relativ kurze Mission. Und in der nächsten werde ich dann noch mal versuchen, dass wir ein bisschen eine längere Folge machen. Nur zwei Missionen oder so. Je nachdem, was wir da erleben müssen. Und dann würde ich sagen, dann ist es nicht allzu kurz. Im Moment sind das noch sowieso die ersten Missionen. Ja, die sind relativ kurz. Die anderen wären dann schon ein bisschen langatmiger. Ja, dann hoffe ich mal, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play GTA 5, die Singleplayer-Mission. Ich glaube, beim nächsten Mal wechseln wir mal bitte auf Michael rüber. Das wir immer mal hin und her machen. Irgendwann kommt ja auch noch unser Bösewicht dazu. Dann wird es sicherlich wieder lustig. Unser kleiner fieser Trevor. Aber dazu später. Ja, recht vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Matti.